Hallo Leute und willkommen zu einem ganz kurzen Salva 5 Video mal wieder. Ja, ich musste mal wieder ein paar Dungeons machen. Ich habe immer noch 33 gereinigt. Und ich denke mal, jetzt schaffe ich ein paar neue, denn ich habe gerade eben einen neuen Start bekommen. Ja, dann auch hier noch eine neue Kette war es, glaube ich, einen neuen Ring, einen neuen Gürtel und ein gelbliches Ding, ein Sysflowmeyer. Das habe ich auch noch bekommen. Ja, sind aber alles nicht so die Top-Sachen. Also wie man hier im Daten schon sieht, da gibt es Sachen mit Intelligenz plus 147. Aber das soll mich jetzt nicht stören. Ich denke mal, ich schaffe trotzdem zwei Etagen und dann ist das Video auch schon wieder vorbei. Aber erst machen wir kurz einen Arena-Kampf, denn ich meine, wo ist er denn? Da, Sayu98 gibt mir auf jeden Fall was fürs Album, glaube ich. Der ist in meiner Gilde, okay. Sayu98, der wird trotzdem angegriffen. So, ja, den schaffe ich auch. Wenn es mich peinlich, bin ich. So, da müsste ich ein bisschen noch was fürs Album bekommen. Jawohl, das tue ich auch. So, da habe ich 76,18%. Und ich denke mal, jetzt gehen wir mal direkt in Dungeon und hoffen auf ein neues Epic, denn die beiden sind jetzt ja schon ziemlich schlecht. Schon 10, 11 Level alt. Ähm, ja. Die beiden habe ich schon komplett gereinigt. Ähm, ich denke mal, ich mache erst mal das Ungeheuer. Das müsste am wenigsten schwierig sein. Ja, Stufe 76, ja, das müsste ja, müsste gehen. Wenn du jetzt hier keinen Crit raushaust, dann... Äh, ich muss es nur sagen, dann macht er es direkt. Ich habe nicht mehr so viele Pilze, also ich kann echt nicht mehr wirklich viele ausgeben. Ich gebe jetzt auch nur so viele aus, bis ich noch so circa 30 habe. Mehr geht einfach nicht. Ich werde mir auch keine mehr holen. Das habe ich mir jetzt so festgelegt. Und da werden dann hier keine Pilzer-Videos mehr kommen. Ähm, ist schade, aber naja, das Geld habe ich einfach nicht mehr. So, deswegen versuchen wir einfach nochmal. Ja, genau, machen wir noch einen Crit. Jetzt kommt... Ja, genau. Ja, den werde ich wahrscheinlich trotzdem nicht schaffen. Der ist irgendwie jetzt, was, 76 war der jetzt oder so, ne? Sein Schlitzer-Extre, was ist das? 78, ja gut, noch stärker. Sehr gut. Auch direkt ein Crit. Und ja, gut, die habe ich jetzt aber noch geschafft. Das ist sehr gut. Immerhin etwas. Dann schaffe ich jetzt aber das Ungeheuer auch. Und dann ist auch schon wieder Ende. Denn, ja, wie gesagt, mehr Pilze kann ich einfach nicht ausgeben. Hier werde ich wahrscheinlich auch noch so 10 Pilze brauchen, ne? Ja, so wie das so aussieht, ey. Das gibt es einfach nicht. Wie viele Critze die alle machen, ne? Ja, jetzt... Ich muss es einfach überleben. Das gibt es nicht, ey. Warum schaffe ich denn die Schlitzer-Extre und dann das Ungeheuer nicht? Die Schlitzer-Extre war noch stärker als das blöde Whisky hier. Gibt es nicht. Jetzt aber. Jawohl, und ein Epic bekommen. Jawohl, vielen Dank. Das ist super. Und das ist auch hier eins zum Austauschen. Das ist nicht schlecht, weil, wie gesagt, das hier war schon relativ kacke. Okay. So, damit habe ich jetzt auch wenigstens mal ein 3-Attribute-Epic. So, Epic sind 9. Und ihr wisst ja, 5 davon waren Glück. Habe ich mich so drüber gefreut, dass ich irgendwie 2- oder 3-mal dieselbe Glückskette bekommen habe. Ja, ich kann jetzt auch direkt eigentlich noch einen versuchen. Jetzt bin ich ja ein bisschen besser schon ausgerüstet als eben. Von daher machen wir es einfach mal kurz. Ja, Pränke, wie gesagt, sind ja auch nicht so optimal. Ich habe einen Intelligenztrank, der ist ganz gut, aber mehr auch nicht. Grabräuber, 9, 6 und 3. Ich glaube, dieser Monster hat es. Der war irgendwas mit 86 oder 82. Ich glaube, da ist der Grabräuber noch ein bisschen schwächer. Ne, 86. Den schaffe ich gar nicht. 86 und der war jetzt 82. Ja gut, dann versuchen wir den Monsterhasen einfach. Ja, genau. Der war gut. Ach, hier 80. Genau, Brüllraffel. Ja, jetzt habe ich den so. Den könnte ich noch schaffen. Also, das ist möglich. Aber erst in der nächsten Folge, die wahrscheinlich schon heute Abend oder so kommt. Je nachdem. Denn, wie gesagt, zwei Dungeons habe ich jetzt geschafft. Und mehr ist auch nicht drin. 30 mickrige Pilze habe ich jetzt noch. Ja, aber ich werde mir einfach keine mehr kaufen. Das ist einfach, ja, rausgeschmissenes Geld, sage ich mal. Und da habe ich jetzt andere Sachen mit meinem Geld vor. Von daher kann ich mir das nicht mehr leisten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Es kommt doch bald RTL 2 wieder. Aber da habe ich gerade die Stadt wach. Da müssen wir mal ein bisschen warten. Noch bis 23.12 Uhr. Da kommt ein neues Video. So. Ja. Also RTL 2 Challenge kommt dann auch später wieder. Ich habe jetzt keine Lust gehabt, dann jeden Tag irgendwie ein Video zu machen. Weil es hat einfach keinen Sinn gemacht. Ich habe, ja, jetzt nach vier Tagen einmal was im Laden gefunden. Das war ein bisschen bessere Waffe. Jetzt zwei Attribute weniger, dafür zwölf Schaden mehr. Äh, ja. Sonst, das war es auch. Der Ring ist hier schon, weiß ich nicht, 20, 30 Level alt oder so. Das sind einfach alles hier steinalte Sachen. Ich kriege nichts mehr im Laden. So ist das einfach. Tja. Da kann man nichts machen. Naja. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.